gegen den Bauer da. Ach ja, stimmt ja, Gun Depression. Nur auf der einen Seite, nicht auf der anderen. Gut, also die Panzerung ist so schlecht, da funktioniert Sidescrapen in keinem möglichen Winkel scheinbar. Nein, nein, nein. Gun. Mann, die Gun! Macht mich fertig, die Gun! Ah, ich konnte die nicht runternehmen. Ich konnte sie nicht runternehmen. Weil links, links geht die Gun nicht runter beim Typ 91. Scheiße. Gut, Leute. Ich werde jetzt Fußball gucken. Ich möchte mich jetzt wirklich voll und ganz auf Fußball konzentrieren. Ich bin einfach so ein mega Fan von Fußball. Ich will das jetzt gucken. Ich will sehen, wie England auf die Schnauze kriegt.